So hier ist Europa Box 28 Und hier habe ich eine kleine Idee was ich als Projekt machen könnte so zwischendurch, wenn ihr nicht weiss was ich machen könnte So etwas wie Kanalvorstellungen Dass ich einfach euren Kanal zeige und was ihr so anbietet und so Und ja, das wärs eigentlich Und ja Und am besten wenn ihr vorgestellt werden möchtet Schreibt mir eine Privatnachricht Sorry Eine Privatnachricht mit Kanalvorstellungen Als Privatnachricht Und wenn ich mal Zeit und Lust habe Dazu Mache ich ein Video Dann wieder zum Beispiel über den Kanal Erzählen zum Beispiel was ihr für Projekte habt und so Und Ja was ihr für Videos macht Äh Was für Kanal Diskussionen das ihr habt Äh Oder Und die Information Zum Beispiel bei mir steht Ich bin 17 Jahre alt Obwohl ich bald 18 bin Wie Nicknames Zum Beispiel Skype So bei Xbox Live, Steam, Origin Bei Twitch Und ja Und ja Dann wieder euren Kanal einfach so Vorstellen So wie er ist Und mal schauen wie das wird Und jetzt ist gerade ein Auto durchgefahren Ist ja egal Äh Schreibt es in die Kommentare Oder wenn ihr wollt Dass ich den Kanal vorstelle Dann eine Privatnachricht mit dem Thema Ähm Eben Kanal vorstellen Und ja Bis denne Bye Bye